ja ist ja gut und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Arno 1800 und Prozent die Tierexpedition hat sich gemeldet die Mannschaft wird Zeuge des Blutsalz ja gleich gleich die Zuverlässigkeit in Person ähm bla bla den fremden Länder mit sich bringen nach einem nächtlichen Festgelage glaubten ihre Männer dass das Treffen mit dem fremden Prinzen und seinen Seefahrenden Gefolge der Höhepunkt der Reise war jedoch beginnt der Morgen mit der Kunde von plötzlichen Tod eines Mitglieds des Hofstaates und ihrer Mannschaft und ihre Mannschaft steht sofort unter Mordverdacht der Prinz fordert ein eine Kaffeepunkt und ihre Männer bleiben du bist mir doch ein wenig zu aufgeweckt ja so ihren stärksten Recken äh ihr besten Schützen um okay Erfolgschancen 10 Prozent um ein Staub Prozent ein Staubtummer ein Taubstummer hätte einen besseren Plädoyer gehalten war und der Offizier versträgt sie äh wenn sie nicht für mich einstehen wäre das eine schreckliche Kränkung ja weiter geht's gut wir sind auf sie vorbereitet mhm noch jemand im Kampf gegen die Unabhängigkeit hä das gefällt mir wieso den Krieg erklärt er hat mir den Krieg erklärt meine Güte 3 die Waffenruhe wurde beendet Schiff unter Beschuss nicht jedes Risiko zahlt sich aus ja vor allem hier wenn man mit einem kleinen Schiffchen äh zwei äh das ist gut zwei voll äh Vollblut ähm Kriegsschiffe angreift so äh wohin dahin so gut hier ist ein Stern selbst bei diesem hellen Mond giert es mich nach Sternenlicht okay ich wünschte mein Ersuchen geht im allgemeinen Trubel unter so sie entzünden die Fackel der Hoffnung der Triumph stürmt und drängt mir durch jedes Glied oh Gott du hast mehr Glieder ähm was hat er uns gegeben Handelskammer Produktivität plus 30 Prozent auf wen Konservenfabrik aha 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 ja ja warte ups Entschuldigung wo ist meine Konserven oh Konserven die sind glaube ich hier oben ne nicht nicht ne das sind doch hier Konservenfabrik und hier ist Handelskammer das heißt hier kommt nochmal 30 Prozent dazu und der steigt jetzt das ist gut so genau das haben wir angeschaut dann geht von hier aus ähm also genau Holz haben wir genug genau Banane Fischöl hier wollten wir doch ähm Mais oder in einer ihrer Fabriken nein weil ich habe schon wieder nicht mitgedacht ähm ähm hier habe ich auch nicht mitgedacht so habe ich hier wenigstens mitgedacht anscheinend nicht ähm ihr Schiff ist von der Überfahrt zurückgekehrt habe ich hier mitgedacht auch nicht auch nicht so aber hier muss ich mitgedacht haben ja still gestanden wer hat mir rein genau uiuiui ich könnte ich könnte mal ein bisschen auf Piratenjag gehen vor allem die beiden Nerven ganz genau ganz genau warte oder ich fahre mal hier runter da sind vier Schiffe ähm die alte Welt bitte und da ja das sieht doch gut aus ähm Alter die Vögel sind gerade so laut draußen ich hoffe das hört man nicht ähm genau das geht wieder hoch das geht hoch genau hier hatten wir glaube ich noch eine Aufgabe äh ne aber wahrscheinlich beim anderen auch nicht naja ok na dann nehme ich so hier wäre es glaube ich ganz gut wenn wir noch ein noch ein Reparatur Reparatur Kragen kostet aber 75 Stein hier haben wir 130 da könnten wir sogar das kostet 100 also 200 200 bräuchte ich dafür alle stehen bereit das ist es mir nicht wert nicht ich fahr mal meinen Krieg Schiffen entgegen Lotte, segel in Formatio. Na, der ist schon zu... Uuuuuh. Uuuuh. Uuuuh. Schneller, schneller, schneller. Ich bin zuversichtlich, dass wir es jetzt haben. Verdammt. Der überlebt nicht. Nein. Der Herold. Ich habe Schlagzeiter. Nein. Nein, komm mal, komm mal, komm mal. Du gibst ihn mir jetzt das so. Oh du. Boah. Jetzt reicht mir. Schiff und der Beschuss. Ein Schiff wurde zerstört. Sie haben den Reihenfluss verloren. Und warum? Propaganda, Militär. Expansion. So. Neue Befehle? Du holst mal das Treibgut hier. Und du holst die ganzen Dinger. Ähm. Hier muss ich jetzt noch mal einen neuen Klapper bauen. Ähm. Welche ich, äh, bauende Frick hatte, weil, hatte wieviel, äh, Frachtplätze? Drei, das ist gut. Das passt. Mehr als bereit. Was hast du bekommen? Schiffe, Schaden an Gebäuden und Schaden durch Schiffe. Oh, das ist gut. Kriegsschiff meldet sich zum Dienst. So. Ich gehe jetzt auf Piratenjagd. Die nerven mir. Nicht zu sehen. Äh, der hat nix be- äh, keine... Neue Ziele. Handelsding. Transfer. Äh, ne, nicht Transfer, sondern, ähm, warte. Genau, also einmal von hier bitte nach da. Und einmal Mais. Und einmal Mais. Ah, ne. Gut. Maisina. Gut. Dann bringen wir mal hier, ähm, den Rum zurück. Das dauert jetzt, äh, 5 Minuten. Das ist ja ein bisschen heftig. Ähm. Gut, was geil kann ich sonst noch hier machen? Warte, ähm, ganz ehrlich, Schnaps würden wir ein bisschen höher machen. Damit wir ein bisschen Puffer haben. So, Eisen, gut. Ah, genau, ähm, wir haben nämlich noch, äh, hier. Erwische ich Sie bei besonders gut anlaut, Direktor? Ne, Kriegerklick, ne, wow. Das ist zweimal dasselbe. Okay, also. Ähm. Zufriedenheit. Ja, das ist, äh, eine wunderbare Idee. Ja, das, äh... Der Subtext ist mit großem Auge. War das jetzt schon Zensur oder bloß Politur? Wer kann es schon sagen? Gut, ähm, hier ist ein Schiff. Sie haben wenig Anstand. Du fährst mal hierhin, weil, äh, ich will hier mal eine Stellgröte. Du findest langsam Gefallen daran, nicht wahr? Äh, und du hast keine... Zustand gespeichert. Keine Türchen. Ei. Okay. Hier ist auch alles in Ordnung. Wir lieben Sie. Und das ist schön. Danke. Okay, dann, äh, fange ich mal an bei der neuen Welt. Eben die, äh, irgendwas zu bauen, warte mal. Ähm, genau, Tortilla, ne? Genau. Hm, Rindfleisch. Habe ich hier schon Rindfleisch produziert? Ich glaube, ich hab... Ne, das ist Lama. Rindfleisch habe ich, äh, ne, brauche ich noch nicht an. Hm, minus 20. Ha. Hier ist nur Mais. Dann mache ich doch mal, ähm... Hi. Ah, wer ist denn da denn? Wo geht der denn hin? Flotte legt ab. Ja. Fang die mal ab. Hm, genau, dann baue ich hier ein bisschen aus. Damit ich mehr Häuser habe. Äh, mehr Farmer. Nein, 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 dies ist, äh, bisschen komisch hier. Ne kleine Stadt. Die Menschen lassen sie hochleben. Ah, süß. Aber auch mit diesem Monsterkopf, warum, warum ist das? Du vertreibst meine Sorgen, Chef. So, dann bitte mal Platz frei, danke, einmal hier, ich habe schon wieder falsch gemacht, eh, super, ja, wobei, ne, geht eigentlich, na naja, es könnte ein bisschen schöner sein, aber nur ein bisschen. Schiff vom Stapel gelaufen, das ist gut. Was mache ich denn hier, das ist doch blöd. So, zwei, warte, eine Minute, eine Minute, 30 Sekunden, okay. Das passt dann erstmal. So, und, ne, kein Rathaus, ne, ich brauche kein Rathaus, ich brauche ein Lagerhaus hier, bitte. Okay, super, Schiff von Stapel gelassen, die alte Welt bitte, super, dann, äh, kommst du, äh, warte, die neue Welt, hier, mit, äh, rum, bitte voll, keine Rum, und nochmal rum, äh, äh, hier, ah ne, dann, ähm, gehst du in die alte Welt und hier und alles weg, ah ne, löschen. Ah, ich, ja, ich hätte die alte einfach, äh, nehmen können und, ähm, ja, da eben, äh, ein neues, ein neues, äh, ein neues Schiff hin, tun können, aber das habe ich natürlich nicht getan. Warte, hat der mich gerade angegriffen? Ne, kommen Sie mir bloß nicht mit Schiff. Warum denn nicht? Äh, ne, Entschuldigung. Diplomatie, 40. 41, ja, wow. Hat er nicht? Darf ich, wenn Sie nichts ändern, macht es kein anderer. Da teilen wir wohl die gleichen. Ah, Geleitschutz. Ist natürlich... ...nicht ganz so optimal hier. Mmh... So, Geleitschutz. Hier habe ich halt nicht wirklich, äh, viele... ...große Schiffe. Also, hier habe ich eine Fregatte. Hier habe ich eine Fregatte. Und da oben... ...habe ich einen Flaggschiff. Kann ich dir helfen? Ja, kannst du. Und der Ochse habe ich, ne? Aber Quale habe ich nicht. Wilder Wasserbüffel... ...das habe ich, glaube ich, nicht. Okay. Gut, dann, äh, gehst du mal zurück. Weil dann können wir nämlich, äh, anfangen, den Zoo zu bauen. Da freue ich mich schon mega drauf. Auch wenn, äh, wenn das hier ein bisschen, äh, klein wirkt. Ich könnte auch. Ja, nee, könnte ich eigentlich nicht. Äh, wenn ich das hier... Deshalb, blöde ist... Ja, die Lehmkrumme kann ich halt nicht zuschütten oder irgendwie sowas. Ich könnte hier die Straße... Ja, komm. Ich kann die Straße nämlich... ...um modellieren. So. So, bitte nochmal eine Steinstraße. So, super. So, wieso hatte ich ja hier gerade Minus? Wahrscheinlich, weil... ...weil, äh, ich gerade ein bisschen... ...die übertrieben habe. Ja, beziehungsweise, weil ich die Nabelschnur abgetrennt habe. Äh, Feuer. Ja, das ist ja... ...wurscht. Das ist ja die Feuerwehr. Hä? Die Flammen wurden gelöst. Das ist ja die Feuerwehr. Dann ziehe ich mal einer. Dann... ...hat, äh... ...hat, äh... ...hat die jemand, äh, erschossen? Nee, oder? Ne, oder? Die Bewegung braucht neue Helge. Ich vertraue dir. 14 Tonnen. 14 Tonnen. 14 Tonnen, äh, Fisch. Habe ich hier Fisch? Ich glaube... Ja, 14 Tonnen habe ich. Gerade dann, ähm... ...unterbreche ich das mal. 14... So, und dann gehst du nämlich hier runter. Warte, dann rette ich den mal kurz. Sehr schön. Ja, und weg ist er. So. Den könnte ich eigentlich hier relativ easy platt machen, aber mache ich gerade noch nicht. Wir sind dabei, aber unter einer Bedingung. Es steht uns frei, wie dir, unsere eigene Geschichte. Ja, ja, sowieso. Das letzte Mal war alles genau gleich. Gut. Auf Kurs halten. Aha. Dann... ...türst du mal hier das raus. Dann haben wir... ...1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Hm. 7. Warte, das kann man aber besser machen. Warte. So. Dann mache ich jetzt mal den Zoo. Ähm... Hier passen keine 2 hin, aber... ...so 2. Hier... ...passt so. Womit fangen wir an? Wir fangen mit... ...den Ochsen an. Dann hier... ...sind beendet. Das sind... ...äse. Die Attraktivität ihrer Stadt hat sich verringert. Wieso verringert? Äh... ...dann ein Wildbüffel. Und ein Bär. Der Kreatur, die atmet, möchte eingesperrt sein. So. In jeder Art von Menagerie gewöhnt man sich schnell an die Rügel. Ähm... Soll ich... Ähm... Warte, dann... ...mache ich hier hinten... ...warte, dann... ...reiße ich die beiden ab. Und... ...dann kommt... ...hier hinten... ...hier kommen dann die... ...Wassertiere. Und zuerst... ...Krokodil. Lief es wie geplant? Und... ...äh... ...ja. Ihre Stadt ist attraktiver geworden. Natürlich ist sie das. Äh... ...Handwerker. Du hast heute viel Gutes getan. Oh... ...dankeschön. Ähm... Oh... ...warte... ...äh... ...das da... ...und das da... Nun muss... ...hier machen. Jetzt ist die Frage... ...wie ich... ...hmmm... ...ne, die soll ja nicht einfach hier reingehen können. dann dann umzäune ich mal das ganze areal hier so das ist dann alles für den zoo also vorerst mal schauen mal schauen ob ich das dann wirklich so riesig mache so bis hier hinten so bis da und dann geht's wo ist er denn da ist ne das war falsch ich hier so echt nicht so so dann der Lat und der so schön schön höchst schön so ähm Gleitschutz genau neue Befehle hier ist eine Fregotte und hier ist ein Flaggstoff so dann tue ich mal das hier hin geben äh warte ähm nochmal zurück Alter die die äh witschen sich aber richtig skortieren dann die neue Welt Leinen los wieder Gas und ich würde sagen äh dann war's das erstmal mit unserem Let's Play oder mit unserer Folge und äh nächste Runde werden wir ein bisschen weiter Piraten jagen Hi und ähm ja ich äh sage dann äh danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal Bye bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal